Medisoft Logistik ist ein innovatives Logistikunternehmen, das den Versorgungskreislauf im modernen Klinikalltag optimiert und perfektioniert. Mit neuster RFID-Technologie sorgen wir für ein wirtschaftliches Versorgungsmanagement im Gesundheitswesen. Papierloses Bestellen und automatische Bedarfsermittlung durch barcodierte Wendeetiketten und Barcode-Scanner zählen zu den vielen Vorteilen, die wir bieten. Die intelligente Softwarelösung gibt dem Versorgungskreislauf für alle Warengruppen im professionellen Klinikbetrieb eine ganz neue Qualität. Perfekt organisierte EDV-gestützte Abläufe gestalten Organisation und Versorgungsabläufe transparent und ökonomisch. Alle Wareninformationen werden ausgelesen und in Transponder übertragen. Beim Passieren des Gates werden die Lagerentnahmen automatisch registriert. So gewährleisten wir eine wegeoptimierte und sichere Kommissionierung der Ware, damit in Apotheke und Zentrallager Planungssicherheit herrscht. Unser Medisoft Logistik-Schrankverwaltungssystem bietet Krankenhäusern viele Rationalisierungsmöglichkeiten und ermöglicht dem Klinikpersonal mehr Zeit für seine Patienten. Informieren Sie sich auch auf unserer Internetseite www.medisoft-logistik.com